Was sind eigentlich Aktien? Aktien sind Firmenanteile, die verkauft werden, um ein Kapital zu schaffen. Was ist die Aktientabelle? Die Aktientabelle ist der Überblick für die Firmen, wo ihre Anteile stehen und wie viel sie wert sind. Wie kann man darüber agieren? Man kann die Aktien über das Smartphone, dem Laptop oder auch an der Börse mitverfolgen. In Deutschland heißt die Börse DAX. Warum machen die Firmen sowas? Die Firmen verkaufen ihre Anteile, damit sie mehr Geld für neue Entwicklungen und Produkte haben und so ihren Wert, ihre Anteile zu steigern. Bringt es, was die Aktien von Firmen zu kaufen und was haben die Unternehmen davon? Die Unternehmen verkaufen ihre Anteile, damit sie neue Produkte entwickeln können und so den Wert ihrer Aktien zu steigern. Du kannst so bei manchen Firmen geringe Anteile kaufen und der Wert steigt nach Tagen, Stunden oder Monaten und so kannst du sie teuer wieder verkaufen. Die Unternehmen von Firmen Die Unternehmen von Firmen Die Unternehmen von Firmen Untertitelung des ZDF, 2020